Kicker TV, der Talk mit Marco Hagemann. Es wird in einem Arbeitsvertrag eines Fußballers, die kennen Sie so gut wie ich, alles geregelt, was man anziehen darf, was man zu tun hat und, und, und. Dann sollte das übernommen werden und ich gehe noch einen Schritt weiter und nehme die Fußballvereine in die Pflicht und sage, Medienschulung, aber nicht bei den Profis, sondern bei der U15, U14, die wachsen damit auf und zeige Ihnen auf, was für Möglichkeiten sie haben, was für Chancen, aber auch was für Risiken. Denn die Accounts der U17, U19-Spieler werden von den Journalisten schon gescreent. Da gab es den Fall, dass ein Spieler der U19 oder U17 von Borussia Dortmund was Positives über Schalke 04 geschrieben hat. Das ist ja, ich meine, wir kennen uns alle aus, wir wissen, was das bedeutet. Trotzdem auch. Da nehme ich auch die Vereine in die Pflicht, um da dann auch erzieherisch zu wirken.